hallo und herzlich willkommen zurück zu anno 14 04 venedig und ja dieses mal nicht ja in unserem letzten endlos spiel sondern dieses mal geht es um den giovanni di mercante und ja ich war jetzt ein bisschen fleißig in den letzten tagen kam jetzt wieder nicht videos jeden tag aber ich habe aber ich habe ja ein bisschen weiter gespielt wenn ich als ich nicht aufnehmen konnte und hat mal hier ein bisschen wenn giovanni die aufträge gemacht und da habe ich jetzt hier den 1 grad manifest des erfolgs das ist der eine von zwei aufträgen die wir für ihn machen müssen und dazu habe ich eben dieses endlos spiel hier angelegt ja ich kann man eigentlich normale geschwindigkeit laufen lassen und die arbeiter diesen bauabschnitt bald fertig gestellt ich mal ganz kurz posieren dass ich euch das mal ganz kurz zeigen kann also hier hinten ist hat meine brot bier und pilzmäntel produktion hier ist meine wein most was habe ich noch hier ganze most leinkutten und wein und ich glaube noch hier irgendwas genau kanonen und waffen hier ist dann meine fleisch produktion und lederwämser und hier unten ist brillenbücher da sind jetzt gerade gesetzlose und die werde ich dann auch gleich hier besiegen aber das ist jetzt nicht das thema dieser ja dieses part denn ja ich bin jetzt kurz davor diesen erfolg hier fertig zu stellen und dann wird es gleich nämlich ein cut geben denn dann gehe ich ins andere safe game und dann erfüllen wir noch den zweiten auftrag für ihn denn den habe ich auch schon abgespeichert und ich würde sagen wir machen jetzt mal hier weiter und dass wir dann mal erfüllen können und ja ich habe auch extrem viel mit ihm gehandelt also am ende hat sich dann auf 160.000 und 200 goldmünzen eben eingeschossen also eingestellt höher geht es nicht weil er steigt ja immer von ich glaube 1800 goldmünzen dann 3600 immer verdoppelt sich das bis hoch auf 160.000 und da habe ich dann extrem viel mit ihm gehandelt und ja so jetzt fehlen nur noch sechs tonnen und vier tonnen und dann haben wir diesen auftrag erledigt ja morgen demnächst wird es dann wieder von gifor kass und gavin langton die parts geben aber heute mal ja den teilerfolg für den hohen rat es war eine ganze ecke arbeit für den giovanni denn ja das war schon anstrengend denn man ich habe bei ihm bis vor kurzem immer anruf verloren immer so 12 runter und ich hatte da einfach keine möglichkeit mehr ruf zu bekommen turniere war hatte ich gerade gemacht einschmeicheln geld geben habe ich musste sich auch noch auffüllen und 160.000 im wert von den waren hatte ich auch einfach nicht zusammen also ja war ich da ja da jetzt hier der kleine spoiler ja das ist doch schön ja da jetzt der kleine spoiler denn jetzt haben wir den erfolg schon für ihn bekommen daran habe ich jetzt leider nicht gedacht ich wollte nämlich eigentlich zuerst noch den anderen erfolg zeilen reich bemessen denn den hatte ich schon gemacht um zu gucken ob auch ein handelszentrum reicht denn dem aufmerksamen betrachter ist es vielleicht schon aufgefallen ich habe keine metropole gebaut sondern nur ein handelszentrum und das funktioniert aber auch und es steht zwar hier nämlich ja für die erfolge errichten eine metropole und erfüllen sie aber das reicht hier auch deswegen gibt es gleich einen cut und dann werde ich ja gleich ins andere game springen und jetzt können wir uns aber schon mal darüber freuen dass wir hier zwei von zehn geschafft haben ja gut leute dann würde ich sagen bis gleich okay so da bin ich jetzt im safe game ich habe auch schon so ein bisschen geld hier mal zusammen gespart denn hier ist der zweite auftrag und zwar reich bemessen erlangen sie ein vermögen von 250.000 gold münzen das mache ich auch gerne war ja auch schon ordentlich dabei meinen ganzen kram zu verkaufen und hier habe ich noch ein bisschen brot verkaufe ich übrigens alles beim giovanni denn es macht halt keinen unterschied vom gewinn her ob ich das jetzt bei northberg oder ihm verkaufe und bei ihm kriege ich dann halt noch mehr handelsbeziehungen und ja das ist jetzt aber eigentlich auch egal denn wir müssen ja nur noch 30.000 zusammen kratzen und das mache ich jetzt also wir haben noch eine ganze menge glas die wir verkaufen können das können wir dann noch mal schönes verscherbeln die ganzen waffen können wir auch noch mitnehmen ich glaube das reicht auch schon längst die kanonen hier die klotzen noch mal richtig rein 6000 und dann 24.000 so damit sind wir ganz nah dran spulen das ganze mal ein bisschen vor und dann haben wir hier gleich den anderen erfolg den ich eigentlich schon habe aber nur damit wir es mal hier im video auch noch haben zack so jetzt habe ich den erfolg auch noch gemacht da habt ihr es und damit war es das eigentlich auch schon für dieses video und ich bedanke mich dann recht herzlich fürs zusehen lasst eine bewertung da ich bin doch noch immer gerade so dabei schon so ein uraltes endlos spiel zu spielen von mit dem live noch für den habe ich ja schon einen auftrag gemacht aber der zweite den gibt er mir einfach nicht da versuche ich dann auch schon die ganze zeit ja ihr talent den bekomme ich einfach nicht von ihm ja den von ihm zu bekommen muss ich mir auch noch mal dranhängen weil dann hätten wir das auch noch und ja dann bedanke ich mich recht herzlich fürs zusehen würde mich über eine bewertung freuen und dann sehen wir uns im nächsten video bis dahin tschüss